Ja, läuft doch richtig prall hier. Der Nächste, bitte! Heiß und fertig, wenn es ja wird. Oh, ups. So, der ist Geschichte. Oh, ups. Halten wir ganz schön aus, die Scheiße. Aber die Kugel machen mir nicht so viel Damage, das geht. Versteckst du ihn mal kurz, reiß dich wieder und dann geht das auf jeden Fall. So kann die Muni sparen. Jetzt kann man zum Beispiel das ausprobieren, da. Warte mal so. Jetzt probieren wir das aus. Oh, voll daneben, Alter. Was mache ich hier denn? Ja, das ist das mit diesen Special Skills, mit denen kommen wir nicht. Was heißt kommen wir nicht? Klar, das sind ja nichts für mich. Macht aber schon Damage, das muss man schon sagen. Wenn der voll aufgeladen ist, pfeffert er. Aber auch so geht er gut ab. Okay, ich nehme es zurück, das läuft. Macht wirklich Damage. Nicht mal so schlecht. Ich brauche ein Taxi, danke. Das läuft, das läuft zu demnächst. Das rockt richtig. Ja, wenn man es voll aufletzen muss. Oh, scheiße. Aber geht auch so. Oh. Ja, da nerven wir nicht mit den Herumschissen. Man muss natürlich auch treffen, ne. Geht aber auch so. So besser, komm her. Langsam kommen wir mit den Special Skills ganz gut. Das sind sogar ganz lustig. So gesehen macht Nahkampf wirklich mehr Spaß mit Fernkampf. Aber bei den Bossen Nahkampf, das ist einfach... Ja, da muss man besoffen sein, dass man sowas macht. Okay, kommt heute noch. Aber... Ja. Man, das gefällt mir nicht. Design-technisch, jetzt ist besser. Das leuchtet nicht so viel. Alles klar, das auch. So, dann gehen wir mal da rauf. Ein bisschen Ärsche eintreten. Hier riecht es nach Bossfight. Das gefällt mir gar nicht. Dann geht es nach rein. Wenn ihr weiterhin so Schiff drückt, dann kommt wieder das Windows und nervt mich. Wollt ihr mich verarschen? Wo geht es denn da rein? Hey? Das ist nicht euer Ernst. Wo geht es denn da rein? Musst du da irgendwo reingehen? Oh. Das Huhn findet auch mal was, ne? So, was bist du für einer? Sieht nach Bossfighter aus. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Sprich mit Xing. Hallo, Xing. Du siehst aus wie im Bus. Wow, wow, wow. Wenn es nicht in meinem Lieblings-Körper-Schill ist. Hallo, Wang? Wie wunderbar! Ich habe dich in Jahren gesehen. Mein Gott, du bist schade. Du wirst mir überrascht, was, was er zu tun hat, was er zu tun hat. die Medien-Körper-Schillen wird tun. Das ist das, was die die Welt zu tun. Es ist wie ein TV-Reality, nur, du weißt, real. Wie warst du hier? Oh, ich hatte eine Worte mit den Regeln. Entschuldigung, ich habe immer das gemacht. Ich hatte eine Worte mit den Regeln. Ja, das klingt wie der alten Lo Wang. Zilla weiß das? Das ist auf der QT. Ich bin eigentlich hier für einen Freund. Eine, ähm, Frau Kamiko? Kamiko? Wie ist sie? Ich hatte Angst, dass sie die letzte Mal haben. Sie war nervös. Sag ihm, ich bin gut. Sie ist gut. Sie hat mich durch einen schweren Pass, aber sie hat mich in da. Sie hat mich für ihre Bücher. Na, das ist wunderschön. Sie hat mir sehr spezifische Instruktionen, nicht die zu jemanden. Komm schon, Zing! Du kennst mich! Mein Punkt genau! Wie weiß ich, dass du wirklich hier bist, und sie hat sich nur auf ihrem Weg zu kaufen, und nicht nur versuchen, zu verkaufen, zu den höchsten Besten. Weil... Weil... Okay, das wird so dumm, aber... sie ist... eigentlich... in meinem Kopf. Komm schon wieder? Sie? Ha! Der Körper wurde korrupt, und ihr Herz war... sick? Ich... nicht wirklich verstehe, wenn ich dir die Wahrheit. All ich weiß ist, sie ist hier. Das ist... schrecklich. Ja. Es ist schrecklich. Es würde ein tolles TV-Show machen, doch. Ich denke so. Wenn es wahr ist, aber es kann nicht sein. Sag ihm, ich muss mich auf 4 Uhr klub, heute. Sie will, ich dir, sie wird auf 4 Uhr klub, heute. Sie... ... ... ... ... ... Was ist 4 Uhr klub? Komiko kam. Komiko kam. Every Friday at 4 Uhr. Wir trinken tea, und schauen... ... 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 So, er wird nicht zum Feind, das finde ich schon mal gut. Warte mal, Unterhaltung haben wir. ... ... ... ... ... ... ... Ups. Ich dachte, die Feinde kann man schlagen, nicht, dass er sauer wird. So, wir sollen den von ihm, von dem Typen, der markierten Punkt gehen. Warte mal, wo geht's da noch nach unten? Hier, ne? Ja. Auf jeden Fall nach unten. Hm, wir könnten ruhig die Abkürzung nehmen. So, bin unten. Okay, wir müssen da raus wahrscheinlich, jup. Ähm, oh Gott. Ja, komm her. Oh Gott, da müssen wir Waffen nehmen, Leute. Das sind viel zu viele. Wir werden da die Pumpe nehmen. Wo ist meine Pumpe? Pumpe! Ja. Scheiße, Mist. Dinger da loswerden. Scheiße, Mist, Käfer da loswerden. Seid schon stressig, Jungs. Vor allem, wenn ich dauernd die falsche Waffe in der Hand habe. Was ist denn das? Wo ist denn meine Pumpe? Aber ich hab keine Muni mehr mit der Pumpe. Ist nicht wahr, der Ernst. Na schön. Oh Gott, Kacke! Das war ein bisschen zu viel. Ja, ohne die Pumpe geht's nicht. Das ist ja meine wichtigste Waffe einfach. Oh Gott, ich hab'n... Oh nee, ich hab'n Bug im Game. Ich hör' die ganze Zeit das MG. Oh, Gott sei Dank, geh's ruhig. Ja, mit der Waffe wird's nix hier. Ich brauch' Pumpen-Muni. Oh nee, ich hab' die. Da ist so ne Pissbacke. Wir werden das schön so erledigen. Oh! Da bist du. Bleib' doch mal stehen, ruhig! Äh, weißt du was? Weißt du was, Junge? Ja. Hast du mir hier doch ne Verarschung von euch, ihr Pisser? Ah, gibt doch nichts über'n Millie im Nahkampf. So, wo sind die restlichen Scheißer? Hier hab' ich was für Munition gesehen. Ja, ja. Leichte Munition. Ja, ich brauch' Pumpen-Muni, Leute. Nicht leichte Munition. Ist ja nett gemein, aber so wird das nicht. Nichts. Das macht Damage. Nimm mal so schlecht, dieser Special Move. Jawoll, der hat gepfeffert. Wo ist'n der? Scheiße. Wollen wir ja kurz heilen. Nicht, dass wir wieder draufgehen. Das wär' ein bisschen kackt. Ja, ja, ich die nicht, aber du. Digga, du! So, wenn du mir noch mehr am Arsch gehst, dann töt' ich dich noch extra brutal. So, wo soll man hin? Hier jedenfalls nicht. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Wir sollen... Ui, hier soll man hin. Zilla, shitty. I'm in city. No, I'm in city. Shitty, I'm in city. Jetzt wird ja lustig, unser... Jar hier. Was, den hab' ich brei gemacht. So, gehen wir mal kurz weg hier. Boah, 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 ich muss weg. Oh, ich häng' fest, so ne Scheiße. Boah, wie ich das hasse, wenn ich festhänge. Wir müssen hier irgendwie weg. Hier ist ein scheiß Kampfgebiet. Brauchen wir Platz. So, das ist besser. Oh! Dann flieg' schon wieder überall runter, ey. Egal, hier hab' ich genug Platz zum Fighten. Das geht. Ah, chillig heilen. Und ab geht's. So, kommt mal runter hier, feigen Memmen. Oh, der erste Memmen haben wir. Na, komm runter. Billigdrohne, du. No Balls, ey. No Drohnenballs. So geht das hier. Bumm, Digga. Zieh mich ran. Das war jetzt ne gute Idee, weil ich wollte eh zu dir. So, das Ranziehen war sehr schlau von der Drohne da. Oh, scheiße, das ist ne Fette. Komm her. Kommst du. Alter, diese Drecksdrohnen, geh mal so am Piss, ey. Die sind irgendwo in der fucking Luft und kommen nicht runter, diese Kröppel, ey. Das ist gar nicht so ein Wiesel. Wenn sie runterkommen, hab ich sie eh. Aber die kommen ja nicht runter, die Wichskinder. Solche Pisser, ey. So feig will ich mal sein, ey. Guck mal auf die Seite hier. Und Attacke. Ruhe ist hier. Eine noch nicht. Hier ne verarschen. Da ist nur eine einzige. Komm her! Der leck mich am Arsch, du, ey. Du klappst dich an dir nach. Leck mich, Alter. Du kommst schon von alleine, du Pisser. Pss. So ne Arschgeige. Ey, so ein lästiger Gegner. Kommt nicht runter. Ich kann ja nicht in die Luft. Die Drohnen sind schon das lästigste in dem Kackgib. Das heißt Kackgib. Ich mag das Game, aber es nervt mir, diese Drohnen. Ja, Ruhe ist hier, ey. Komm runter, du Arschgesicht. Mann. Kommt nicht runter, ey. So, den fetten kriegen wir auch noch. Jetzt bin ich richtig sauer. Noch eine oder was? Pss. Wie viele da noch sind denn? Ey, ich will nicht die ganze Muni hier verscheißen. Das ist das. Wie ist er? Wie ist er? Da bist du. Komm, naja. Misa. Spielt mit mir verstecken? Ach da. Ist ein Mistviech. Ich hab die Fahrstrahl. Ich hab die Fahrstrahl. Berschösschen. Oh, der Dicke, der ist nicht mal so lustig. Oh, hier sind wir dagegen. Na, scheiße. Du musst die Pumpe nehmen. Das geht's uns nicht. Da wirst du ja alt sonst. Da wirst du sonst halt mit denen, ey. Komm her. Komm her, du. Sag mal, verrascht mich der als ernsthaft? Schuss jetzt mit lustig hier. Komm her. Will nicht. Ach, diese Gegner sind Nervgegner. Oh Gott. Also sieh mal suchen. Wie viele davon sind eigentlich nicht da? Schon wieder eine. Sag mal. Was ist das jetzt? Hey, wie viele sind denn da noch? Jetzt geh da rauf, Alter. Da musst du irgendwer dann für Nachschutz machen. Bist du das oder was? Der ist das. Der kriegt immer wieder Nachschub, glaube ich. Das ist aber echt Schluss mit lustig hier. Ah. So ein Pisser. Puh. Irgendwo ist noch einer. Manche Feinde sind einfach lästig. So, mit euch. Können wir jetzt auch was mischen. Ah, die sind. Oh, scheiße. Falsche Taste. Nein. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Ich würde mich drüber freuen. Ich würde mich drüber freuen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018